hallo youtube die gibraltar ist in unseren testschiff hafen eingelaufen ein t10 kreuzer der britischen nation mit besonderen eigenschaften und wir wollen uns dieses schiff einmal ganz genau angucken unser ersteindruck und unsere gedanken zu diesem dampfer aloha seekreuter aloha wohnzimmer kapitäne da steht der dampfer hier bei mir im hafen und wir wollen natürlich bevor wir darauf eingehen mal angucken wie das wohl geschichtlich gewesen sein könnte denn es ist ein entwurf schiff vibraltar basiert wohl ähnlich wie bei drake und golythe auf den entwürfen für super schwere kreuzer aus den späten 1930er jahren auch als churchill kreuzer bekannt welche als konter die deutschen panzers schiffe sowie gut gegen den kampf der gegen die japanischen schweren kreuzer gedacht waren es ist allerdings kein entwurf so öffentlich bekannt sagen wir mal so wo feelingstürme mit 234 mm kaliber ausgestattet werden sollten sondern es geht eher darum dass die feelingstürme 203 mm hatten das heißt also ob diese feelingstürme tatsächlich so ja geplant waren das ist dann in dem archiven von world of washes wahrscheinlich eher zu finden wir wollen es einfach mal angucken wie dieses schiff sich jetzt einsortiert ganz kurz bevor wir auf die panzerung eingehen wollen wir natürlich hier einmal ändert close-up reingehen wie ich eben schon sagte wir haben hier vorne dann zwei feelingstürme also acht mumpeln nach vorne raus das ist interessant gerade wenn man dann mal boon steht ist also relativ stark die brücke hier ist ja ziemlich quadratisch ne allgemein sowie auch chronogramm der mir bei der geschichte wieder geholfen hat so geschrieben hat basiert wohl wie goleis und drake auf dem entwürfen wenn wir jetzt einmal mal die goleis uns angucken da ist die brücke viel viel höher und diese ecke hier dieser dieser unterbau viel schmaler allerdings haben wir auch ein doppel schornstein drinne und ja der rumpf ist natürlich schmaler jetzt gucken uns das noch mal so im vergleich an ja die aber die höhe wie das schiff aus dem wasser ragt ist relativ ähnlich nicht so trotz hier in der seite schon mal ein bisschen breiter haben wir sekundär aber flack dabei wie gesagt auch diese doppel schornsteine sind dabei hinten haben wir dann wieder ein vierfach ton und ja ein spiegel spiegelheck nennt man dazu auch bei so einer ganz flachen geschichte wenn bei den deutschen war es ja so dass dazu leicht gewölbt ist hier ist es so ganz glatt da lasse ich mir gerne wieder von euch helfen wenn ihr da genaueres wisst da steht dann auch von gibraltar dran das namensschuld ist dann auch schon da anti u-boot waffen kann ich jetzt hier nicht erkennen das ist ja auch jetzt schon ein punkt den wir hier demnächst mit beachten müssen wird ja immer wichtiger wo wir jetzt schon in den koop gefechten und in gewerteten gefechten u-boote reinbekommen können scheint bei der gibraltar so zu sein dass da keine u-boot abwehr aktuell zumindest gibt und dann schauen wir uns jetzt mal genauer die panzerung an wir haben hier 25 millimeter ja die üblichen sachen overmatch ab 358 millimeter ich will nicht immer wieder in jedem video quasi von neuem erzählen viele von euch wissen eh schon wie die overmatch mechanik funktioniert quasi sichere penetration für granaten die über diesem kaliber dann liegen also 358 meter und größer dann haben wir hier ein deck interessant mit 40 millimeter wattern abprallwinkel gegen alle granaten größen in world of warship generiert es sei denn es ist nicht im sturzfeuer die aufbauten sind üblicherweise mit 16 millimeter angegeben in dem sinne auch nichts neues hier an der seite sind es 30 overmatch ab dann 429 millimeter kaliber und wir haben dann eine zitadelle hier die von außen erreichbar ist also einwandig und damit dann ja theoretisch wäre theoretisch wenn eine he granate 178 millimeter überwinden würde dann halt auch penetrierbar aber sowas gibt es in world of warships eben nicht würde gerade sagen dass das ja dann nicht nur ap vorbehalten ist aber auch grund der panzerungs dicke ist es dann doch so weil da kommt keine he granate auch mit ein viertel pen beim sandra eben nicht durch dann gucken wir gerade mal rein wie vorne die das hier aussieht dann haben wir hier 27 und da aber 152 millimeter beziehungsweise 102 millimeter eine ziemlich breite zitadelle wie ich persönlich finde wir können jetzt noch mal goleys vergleichen ja ist ganze ecke schmaler kann man sagen aber auch hier 152 102 das sieht tatsächlich so aus als ob world of warships einfach gesagt hat wir denen so ein bisschen den rumpf oder so nicht interessant und dann haben wir hier 27 152 und 102 millimeter aufbauten weg 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 und dann kommen wir zu der zitadellen anordnung hier 102 da 89 da 102 wir haben dann hier auch 102 da ist auch noch eine stufe drin mit 102 millimeter relativ deutlich also ich sag mal von brücke bis kurz vor den hinteren turm ist die zitadelle über wasser erreichbar ist eine sache die sollte man sich dann früher später mal merken ist natürlich work in progress was wir hier sehen aber an der panzerung wird meistens relativ wenig verändert gerade an der zitadellen position eher deutlich weniger als an anderen dingen in den in den schiffen gut dann sind wir hier einmal durch würde ich sagen bei der panzerung und wir gucken uns dann mal die überlebensfähigkeit an überlebensfähigkeit an treffer punkte 59 1400 ist ein bisschen besser als bei der goleys torpedoschutz ist mit 13 prozent angegeben die goleys hat da deutlich mehr mit 28 wenn wir die jetzt mal so ein bisschen heran ziehen wollen wir sind t10 ja also naja ist auf jeden fall man teil den wir damit einbeziehen sollten aus meiner sicht damit wir dazu ein bisschen einsortieren können bei der artillerie da haben wir große unterschiede kaliber ist zwar gleich aber wir hätten jetzt bei dem t10 vorschussbaum dampfer eben vorne sechs granaten und hinten sechs granaten vorne haben wir jetzt hier aber acht und hinten hier in der summe gleich aber boon können wir hier viel besser austeilen unterschied ist allerdings dass wir bei der goleys ja haa und ap verschließen können während die gieber alter eben nur ap hat da ist die ladezeit dann auch viel kürzer wir haben hier 14 in halb sekunden an nachladezeit und das ist hier im vergleich zu goleys einfach mal vier sekunden kürzer die turmdrehgeschwindigkeit mit 22 und halb sekunden angegeben streuung 149 meter auf 16,9 kilometer kampfentfernung sind wir dann auch auf dem t10 forschungsbaum niveau bei den briten mündungsgeschwindigkeit 841 meter jan hier allerdings das möchte ich euch auf jeden fall schon mal mitgeben verbesserte abprallwinkel 0 bis 15 grad garantierter abpraller 15 bis 30 grad chance auf penetration oder im abpraller wir haben einen verkürzten zündverzögerer mit 0,005 sekunden sobald wir 12 mm panzerung in einem stück penetriert haben das auch schon mal ein punkt den wir auf jeden fall erwähnen sollten und wir haben eine kreuzer streuung ellipse das kann man auch schon mal vorweg sagen die beträgt hier 150 ich glaube zu 90 meter wenn nicht recht im sinne also in dem fall kann man damit ganz gut arbeiten wo sich 12 granaten in so eine kleine streuung ellipse dann verteilen und auch da noch mal der hinweis bow on sind schon acht granaten die dann auch reingehen also das ist sicherlich eine sache die man im kampf gut verwenden kann dann geht es weiter ja ein bisschen sekundär bewaffnung haben wir da auch noch dagegen aber eigentlich nicht so doll darauf ein weil das wahrscheinlich ein kreuzer sein wird mit dem man nicht so typischerweise in den sekundärkampf reingeht bei der flugabwehr haben wir 331 kontinuierlichen schaden gucken wir uns mal die verteilung an 5,8 126 kontinuierlichen schaden ab dreieinhalb kilometer nähe kommen dann 333 dazu und dann gibt es auf zwei kilometer noch mal 126 auf den flieger drauf ja ja durchschnittliche flugabwehr würde ich jetzt sagen nichts besonderes sechs granaten haben wir hier dabei 1610 alpha damage ich würde es jetzt nicht eine starke flag nennen ich würde es einfach eine ja normales mittelfeld vorderes mittelfeld in dem bereich immerhin über 300 kommen wir ja dann auch in dem im durchschnitt wir haben hier immerhin 90 prozent und 85 prozent trefferwahrscheinlichkeit da kann man sicherlich mit umgehen ein flieger oder die der cv wird sich jetzt nicht unbedingt gerne in eurem bereich aufhalten aber natürlich die ersten vielleicht sogar zwei anflüge wenn er denn welche machen will dann trotzdem durch bekommen bei der manövrierbarkeit haben wir hier 32 knoten zu buche stehen müssen wir gucken ob wir hier nachher irgendwie so einen motorboost bekommen schauen wir mal da rein dann bei den verbrauchsmaterialien beim wendekreisradius 840 meter ruderstellzeit mit 12,6 sekunden scheint mir ziemlich sportlich zu sein so für ein kreuzer vor allen dingen mit dem großen kaliber dann und wir haben hier eine erkennbarkeit zu wasser von 14,1 heißt wenn wir hier doppelkonsument skillen kommen wir auf unter 12 kilometer ich würde sagen 11,5 kilometer sind hier drin und erkennbarkeit zu luft 9,3 geht dann sicherlich unter 8 kilometer von der erkennbarkeit schauen wir mal was wir hier bei der ausrüstung dabei haben das ist immer ganz interessant schadensbegrenzungsteam standardmäßig unterwegs eine reparatur mannschaft überschlag ich einfach mal schnell im kopf das sind 0,5 prozent punkte der gesamt treffer punkte die hier wieder hergestellt werden ob die anrechenbarkeit für zitadellenschäden hier anders ist kann ich im moment nicht sagen ihr könnt mir aber vorstellen das ja wäre eine typisch britische eigenschaft dann hätten wir hydroakustik aber nicht irgendwie der britische mit dreimal also drei und drei kilometern sondern dreieinhalb und fünf kilometer aktivität beziehungsweise erfassungsweite und wir haben nebel dabei für einen kreuzer mit 234 mm kaliber das ist so als ob das eine kreuzung zwischen mino und eben der gollais ist wir haben das kaliber der gollais den rumpf der gollais auch so ein bisschen übernommen also mehr pansenung drin aber wir schießen nur ap dafür aber das große kaliber mit verbesserten april winkel das ist erst mal interessant weil wir mal gucken wie ich da dann im gefecht später anfühlt aber wirkungsdauer 15 sekunden und dann 96 sekunden nebel wand hat ist natürlich ungeskilled ich würde das hier auf jeden fall versuchen zu verbessern dass wir da die nebelwand dauer auf jeden fall noch verlängert bekommen das ist ja damit eine signalflagge zum beispiel möglich schauen wir uns mal die verbesserung an ich denke hier hauptbewahrungsmodifikation 1 rein in den zweiten slot sollten wir dann wahrscheinlich auf die hydroakosische modifikation gehen damit war eben längere zeit die wirkungs die wirkung vom hydro haben da verlängern wir dann doch schon eine ganze ecke und 20 sekunden haben wir auf jeden fall dazu gekommen dann in slot 3 dadurch hat die streuungselipse schon ziemlich cool ist würde ich sogar initial erst mal gucken die hauptbatterie modifikation 2 einzubauen um die umdrehgeschwindigkeit zu erhöhen alternativ könnte man schauen da wird die dauer der nebelwand er verkürzt dafür wird am anfang länger ausgeworfen ich würde sagen nicht die nebelerzeuger modifikation sondern sich entscheiden zwischen c system oder hauptbatterie modifikation regt die türme besonders häufig dann würde sich sicherlich das hier rechnen wir probieren erst mal c system modifikation da kriegen wir sieben prozent das heißt nicht mehr 149 wir sparen zehn meter also in ordentlicher wert wie ich persönlich denke wo dann sich diese acht mumpel frontal oder zwölf mumpel in der breitseite dann rein packen wir haben eine kreuzer das heißt ich gehe mal davon aus dass wir keine verlängerte keine verlängerten brände haben daher geht hier auf steuer getriebe modifikation von der sache her scheint eine normale beschleunigung sein aber wir haben nicht die möglichkeit in das anfahren zu beschleunigen so muss man das dann wahrscheinlich besser ausdrücken ich würde jetzt hier dann auf die tarn system modifikation gehen um die streuung der granaten zu erhöhen und selber halten nicht so weit aufzugehen und hier ist dann wieder eine die gretchen frage lieber weiter schießen oder kurzer nachladen und die turmdrehgeschwindigkeit dafür ein bisschen verlieren müsste man sich gut überlegen 16,9 wir haben nebel ich glaube das können wir mal probieren wir probieren bei 16,9 da geht man von der turmdrehgeschwindigkeit wieder ein bisschen hoch auf 26 sekunden knapp 12,8 ist die ladezeit damit kann man schon richtig was raushauen glaube ich wenn man da so breit seit dem nebel stehen kann und selber nicht beschossen wird sondern gut austeilen kann weil ein anderer spottet ich glaube da könnte richtig klappern im getriebe bei dem ein oder anderen so ein alpha strike potenzial könnte ich mir schon relativ hoch vorstellen dann bauen wir hier natürlich die flag aus wir nehmen die 1000 sasser flagge sierra mike mit für höhe mehr höchstgeschwindigkeit wir haben eine reparatur mannschaft dabei dann nehmen wir das auf jeden fall auch mit die anti deto flagge längeres hydro wollen wir dabei haben und vor allen dingen längere wirkungsdauer des nebel erzeugers das heißt wir können einfach länger in den nebel auswerfen das hilft uns schon mal eine ganze ecke und dann immer noch zum kapitän schauen uns den noch mal an ich würde jetzt hier mich auf jeden fall für die turmdrehgeschwindigkeit entscheiden im unteren bereich dann hier in der zweiten reihe auf jeden fall für verbrauchsmaterial verbesserung dann nehmen wir adrenalin rausch bessere ap granaten mit und wir nehmen den inspektor mit weil wir dann einfach von allen aufladung einen mehr haben dann nehmen wir die tarnung mit und ich denke weil wir uns hier auf 11,5 kilometer runter arbeiten können die funk ordnung weil wir dann auch schon effizient öfter mal in diese situation kommen dass wir die dds vernünftig bekämpfen können der geringere zint verzöger der ap macht sein übliche das wird auf jeden fall helfen denke ich damit war da die dds ordentlich und intensiv bekämpfen können so werde ich mit der gribraltar erstmal in see stechen das kann ich euch wie gesagt leider nicht zeigen würde ich gerne tun aber wargaming möchte das nicht und da muss ich mich dann auch dran halten ich hoffe trotzdem dass euch dieses video so ein paar informationen zur gribraltar gebracht hat die ihr vorher vielleicht noch nicht hattet und euch das video gefallen hat wenn es so ist daumen nach oben lassen kanal abonnieren glocke drücken gerne konstruktiv unter dem video kommentieren eure fragen stellen wenn ihr welche habt und ich kann die auch beantworten dann werde ich das auch tun und sonst schaut gerne in die beschreibung da sind dann weitere links für twitch facebook und so weiter und so weiter würde mich sehr freuen euch auch da zu sehen jetzt sage ich danke für eure zeit bis zum nächsten mal euer secrets team euer andy tschau tschau